Hallo Mr. TQ, wie geht's Ihnen? Ich finde die Kuh immer noch super. Hey, Mr. Spalletto, machen Sie sich mal vom Mr. Akku packen. Das war irgendwie gerade dumm, was ich gesagt habe. Warum brauchen Sie sich vom Acker, hey? Was war das? Ah, Carpenters Block. Hier haben wir auch noch ein paar Truhen, wo gerne mal irgendwelcher Quatsch geparkt wird. Nein. Nein. Es gibt nichts Schlimmeres. Erdruhe vielleicht? Natürlich nicht. Nein. Wir haben hier noch eine komplette Eisenrüstung rumliegen. Brauchst einen Creeper-Kopf? Immer mitnehmen, immer mitnehmen. In Not ist das alles Dekoration. Gehen wir hier runter. Auch noch. Überlegen so Rüstungsteile. Und das ist ja sogar leer. Sind jetzt schon wieder. Ach, Scheiße. Wieder ein Skelett. Nicht mehr leer. Man merkt, dass ich den ganzen Creepen da reingepackt habe. Ja. Womit baut man am besten Glowstone ab? Mit der Hacker, ne? Egal was du abknopfst, du kriegst eh immer nur Staub. Ja, ja. Nein, nein. Ich meinte nur ... Ich denke, es ist egal womit man das abbaut. Kann man doch mit der Hand genauso schnell abbauen, ne? Ach so, ja ... Kein ... Kein Unterschied. Kein Leckereien-Burgers. Ah, jetzt muss ich mich richtig in Acht nehmen im Nether. Wenn ich die Garstsack kaputt mache. Gut, wenn man mit der Spitzhacke am besten abbauen kann, dann kann ich auch meinen Hammer für nehmen. Das ist ja meine große Spitzhacke. Das hat ein Erfolg. Wir müssen noch tiefer bekommen. Watt, 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 watt. Wieso habe ich jetzt hier Go Deeper erst bekommen? Das ist ja Quatsch. Warte, hier ist schon fünfmal im Nether. Ja, wahrscheinlich, weil die Monster immer noch inaktiv waren. Ach so, das kann sein. Ein bisschen was von den Dingern hier mitnehmen, weil ich dann bestimmt nach oben klettern. Damit sollte ich noch eine klettern können. Also ich fühle mich definitiv ein bisschen gemobbt von den Endaments. Ja, ist das so. Mhm. Endermann sind böse. Ich meine, da ging es jetzt nur um die Enderperlen, da wäre es mir ja egal. Wo ist den Kopf? Ist da drüben Glowstone? Zumindest hoffe ich, dass das das richtige Item ist, was ich brauche für die Aufladung. Nee, das ist kein Glowstone. Warum wächst die Kacke eigentlich immer an der Decke? Ich habe gerade eben was gesehen, das war eben auf dem Boden. Geht hier nie wieder raus. Fünf. Ich hole doch, warte. Nee. Das ist jetzt blöd. Nee, doch. Mit dem magischen Atlas kann ich mich ja auch umgucken. Jo. Super. Ich darf nur nicht sterben. Das ist nämlich das Geheimnis. Ja, das kann auch sein, dass die Erfolge vor... Wenn ich den Glowstone kaputt mache, greifen mich die Schweine Menschen aber nicht an. Die greifen mich doch nur an, wenn ich Quarz abbaue. Die greifen... Naja, die greifen... Hä? Nein? Die greifen mich nur an, wenn ich die angreifen muss. Ja. Das wäre mir zumindest neu, dass die, die ich angreifen, Quarz abbaue. Ich glaube, ich laufe in der Sackgasse, ja. Schöner Glowstone. Oh ja. Kann ich tun. Ich meine, gegen ihn... Mach's nur mich hier rum zu kloppen, ist nicht das Problem, ne? Oh, das war so... Dings. So auf Dings. Denf, Rudolf. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich brenne. Ja. Wieso brenne ich? Ah, bist du da eingefallen oder so? Mh... Naja, eigentlich... Bin ich der Meinung nicht. Oh cool. Dahinten waren wir vorhin... Äh... Vorhin. Letztens sind... Da sind wir gestorben. Machen das ganze halt so. Mh... Kamikaze Spinne. Ja. Muss hier ein bisschen... Da war... Zubauen, weil ich mich ja gleich... Da hoch bau. Hup, 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 hup. Zwei Endermen. Ah, laisser. Ah, da geht ja durch wie... ... border. Bitte, 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 bitte. Nö. Ohhhhhhhhhhhhhhhh... Oh nein, da hinten ist ein Garst. Glaub ich. Mh... Mh... Klingt ehrlich gesagt so... Als ob da... Hämnd richtig... Männlich... rülpst, wenn die Schweine grunzen. Ich habe zwei oder drei Animans getötet. Keinen Kommen. Keinen Kopf. Ich habe eine Chance für den Käpt'n auch nicht gerade gehört. Was? Habt ihr noch Hände übrig gelassen, ups. Hä? Ich habe gerade Schaden bekommen von was irgendwie. Unter Wasser? Nö, nö. Ich bin hier bei uns. Bei uns. Also bei der Schmelze bin ich gerade. Mir ist das ziemlich dumm, was ich gerade mache. Was hat denn der für einen coolen Hut auf? Na dann, mach's mal gut. Schönen Tag dir noch. Danke sehr, den werde ich hoffentlich haben. Einen Spaß. Oh, cool. Na, was denn? Ich bin hier an unserer, an der Netherdinges... Äh, der Netherburg? Kann sein, ja. Danke, dass du reingeschaltet hast. Ich habe den Glowstone an einer anderen Stelle erwartet, tatsächlich, als er jetzt war. Ich würde ja sagen, wenn ich hier... Ich glaube, ich habe den Bein, der zuguckt. Guten Tag. Hallo, meine Minecraft-Freunde. Hallo, Seth. Hi. Hallo. Brauchst du die Monster auszahlen? Äh, wie bitte? Brauchst du die Monster auszahlen? Mir ist egal. Okay. So, ich weiter. Ein schwarzes Glit, Junge. Yo, ich habe ein Fest freigeschaltet. Haha. Hast du freigeschaltet? Einen Fetz. Einen Fes. Sag ich dir noch. Den setze ich erst mal auf. Mit dem Ohlmuskel? Ne, mit dem Haarmuskel war das. Achso. Jawohl, Alter. Geil. Ey, wieso liegt hier ein Schleimball rum? Ne Ahnung. Das leckt gerade ziemlich. Echt, bei mir liegt es im Moment gar nicht, weil hier nicht so viele Mobs sind. Ja. Bist du vielleicht in der Nähe von Wasser, wo die ganzen Viecher gerade rumschwimmen? Könnte aber auch das gewesen sein. Ach, jetzt geht's wieder. Äh, wo ich gerade die Fläche, ja, Bindung hatte. Eigentlich. Und, Seth, alles fit? Ja, bei euch. Ups. 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 Was machst du schönes? Äh, ich warte, bis Gitter geupdatet hat, beziehungsweise auch so der Launcher hier gerade fertig ist. Und zöcke ich vielleicht ein bisschen, äh, Gitter. Oh, why not? Darf ich auch mal zwei Stack Closedown-Blöcke? Zeph, willst du mitmachen? Hm, wo mitmachen? Miene- 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 Geh weg, Miene- Boah, was ist denn hier los, Alter? Das sieht ein bisschen so aus, als ob die gerade die Hexenverbrennung machen, die Schweinemenschen. Die haben hier grüne Scharze in der Hand. Kann ich die ins Feuer schubsen? Oh, die verbrennen nicht, ne? Bin ich ja vorher gewohnt. Wenn du nah genug an deinen Hexen bist, dann treffen sie dich nun. Und Scharf. Was ist jetzt allerdings, es ist eigentlich mich interessiert, was da hinten ist. Buh, buh. Hm, hm. Da habe ich schon eine Drop-Chance, dass der Kopf kommt. Hast du keinen? Doch, auch habe ich. Ach so, den Kopf nicht, aber ich habe die Chance halt einzubkommen. Oh ja. Erhöht. Aber hatte mich jetzt noch kein Glück. Ja, na, nein, das möchte ich nicht. Was ist das da hinten, ey? Kann ich dir nicht sagen. Wenn ich jetzt meinen Mantel an hätte, dann könnte ich da mal schnell rüberfliegen. BD. Der Clipper hat voll den geilen Hut auf. Ich habe einen neuen Hut. In der Head. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht was günstiger, wenn ich mich nicht da brauche. Danke, Lieber. Kommt, dass ich jetzt wenigstens die anderen zwei mitnehmen kann. Pfeile und Knochen, dann bring ich jede Menge. Ich muss mal kurz bei mir auf dem Stream gucken. Was das da sein könnte. Das ist kein Glowstone. Ich guck mal gerade, Moment. Gleich nachdem die... Ach so. Okay. Das sehe ich ein. Der Klassiker halt. Da ist wieder ein Kreis. Mensch. So, wenn die Wärme vorbei ist. Nur 10 Sekunden. Ich guck schon mal in die Richtung. Jetzt sieht er aus wie irgendwelcher Sand oder so. Ah, das ist kein... Hm. Das Gelbe da. Hm. Bienennest. Ich erfahre ihn halt im Fall. Okay. Ich wollte da gerade nämlich hingehen. Nee, das würde ich hier nicht empfehlen. Oh, fuck. Was? Ich habe einen Granit gefunden. Äh, womit kann ich in den Schlag zurückschießen von dem Garst? Gar nicht. Doch. Ich kann ausbrechen. Ja, doch. Ich bin gerade Ping-Pong. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. WB. D-H-I-X. Da hat irgendwo ein Enderman gehört. Na gut. Lass es jetzt bei den zwei Sticks bleiben. Ich kommuniziere mit denen. Ernsthaft jetzt. Au. Ein kleiner Penner hier. Ein kleiner Penner-Ghast. Er ist voll garstig. Oh. Enderman. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh. Da ist das Portal. Ach. Ich bin vorne in so eine Blume gelaufen. Achso. Ja das kann sein. Weil die kannst du. Oder. Weder. Also wenn du die abbaust oder dran verläuft dann verbrennst du. Und ich bin vorne. Ich bin vorne weg. D-Huuiuiuiuiui. Mh. Ich muss mal nach Hause. Warum ist hier ein Skelett im Haus? verpiss dich mal what the fuck wie kommt das hier rein ja hier ist noch eine tür offen warum man die tür offen gelassen hat na gut dann werde ich jetzt mal ein closed und einsortieren ich mache dann erst mal für heute feuerabend das klingt da auch nur ganz ganz gut bei mir brauche ich nicht abmoderieren da glaube ich keiner zuguckt immer auch trotzdem abmoderieren und keiner zuguckt immer so tun als wer jemand da ist vollkommen egal das macht mir das auch einen eindruck ja als dann doch jemand in dem moment zumindest mal zuschaut oder so das ist richtig von meiner seite aus sagt schon auch bis zum nächsten mal falls sie dabei war die ganze zeit und anmerken gelassen habt hoffe ich trotzdem dass euch gefallen hat ja auch wenn ich viel im moment los ist ausreichend auf endermann den sucht das ist interessant du siehst zumindest was naja aber nicht immer in der höhlen ich müsste wenn man nach ach du scheiße was ist das denn was ist das denn ich habe gerade was so ein angst ist viel gesehen wie die blaze die lohn aber auch stein na gut dann machen wir schluss freude wir sehen uns dann die nächsten tage wieder öffnen du siehst ja ich muss in der ca auch ja also wie gesagt wir hören dann sehen uns an demnächst wieder bis dahin Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.